So, Dele. Ich bin zurück. Willkommen zurück. Hallo. Okay, eine Tennis-Friendin wahrscheinlich. Gut. So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Show zu GTA V Singleplayer. Wir waren jetzt gerade mit Franklin bei Michael, haben uns schön amusiert und spielen jetzt Michael. Und wir können was machen jetzt mit Michael. Noch eine Mission will ich jetzt gerade nicht machen. Ähm, wir könnten zum Friseur gehen. Ist doch nicht. Ich will mal schauen, was er für sie zu hören hat und so. So, jetzt schaue ich wieder mit Gamepad. Ähm, wenn es gehen würde. Ja, danke. Es geht irgendwie ein bisschen, einige Zeit bis es umsteht. Aber immerhin geht es direkt und nicht mit Umstellen. Weil... Schiessen und so geht natürlich viel besser mit der Maus. Weil es so sensibel ist, dass man es fast nicht steigen kann. Mit dem Gamper. Das zielen. So, Dele. So, ja, ich habe alle, also alle drei Charaktere gerne. Ähm, am liebsten habe ich... eigentlich Franklin, weil er so richtig chillig ist und... und nicht entweder verrückt ist und auch nicht geldgierig. Und, ähm, jetzt kann ich wieder nicht wechseln. Ja, was willst du jetzt? Aha, ich muss es hier machen. Gut, du willst. Gut. So, Frisuren. Meinen wir... rausgeforsten. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay, schade. Wir haben richtig wenig hier. Wie sieht denn das aus? Das sieht irgendwie ein bisschen... Ja, so viele große Lücken will ich ja auch nicht auf den Seiten. Vollbad sieht irgendwie auch nicht so gut aus. Schade. Oh je. Oh je. Müssen wir noch ein bisschen fortschrittener werden hier im Game. Fortgeschrittener. So. Ähm, Klamottenladen gibt es wahrscheinlich nicht. Wollen wir kurz schauen. Immer noch nicht kein Klamottenladen. Okay, ähm... Das ist mit Franklin. Die Grünen sind mit Franklin. Und die Blauen mit Michael. Okay, ähm... Wir gehen mal speichern. Aber so, dass ich keine Mission habe. Ähm... Halt was. So. Michael, wo bist du? Äh, nicht Michael. Franklin. So. 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 So, dann gehen wir mit Michael auf eine, äh, Freak Mission. Geh zum Haus. Komm rein. Schneller, schneller. Fitness, Fitness, Fitness. Das ist das Badezimmer. Ich muss eigentlich direkt nach rechts. Speichern. Ja, speichern. Nun gut, jetzt gehen wir zu Franklin wieder. Ähm, Franklin lieber. Hallo. Ist okay, dass du mich mit den Tasten. So, und du bist hier. Ich will keine Aufnahme starten. Und meine Kurze jammert. Wie immer. So, wir gehen jetzt zu einem Ding. Zu einer Freak-Mission. Gewöhnliche und Freaks. Wie heißen die? Mal kurz schauen. Ich muss mal hier parkieren. So. Was ist denn? Ah, Rasensprüche. Sprüche. Fremde und Freaks. Okay. Ähm. Eigentlich diese hier. War hier nicht auch noch eine, aber es ist wahrscheinlich... ...falsche Zeit gerade. Okay. Sodele. Ja, mal schauen. Was das für eine Mission ist. Ah, schöne Nacht. Ups. Sorry. Ich wollte nur überholen. Hehehe. Ich bin kein Verkehrsradie. Ich bin nur ein Verkehrsradie XXL. Nein. Ja. Don't hit me. Ja. Ich überfahre dich das nächste Mal. Ist gut. Er hat meine Tasche. Nein, das will ich jetzt nicht machen. Ist mir egal. Ich bin nicht der... ähm... Polizisten. Die Polizei macht das. Ja, toll. Fahr doch falsch. Och, bitte. Ist das nicht diese Mission hoffentlich. Ne, das ist diese Mission. Die mache ich jetzt noch nicht. Ist zwar lustig, aber... Ich muss zuerst trainieren. Ähm... schade. Ich will eine andere Mission. Ach komm, Michael. Muss ich jetzt zu Franklin investieren? Diese Mission will ich noch nicht machen. Die kenne ich. Weil sie lustig ist. Aber sie ist sehr mühsam. Weil sie sehr lange geht auch. Okay, sehr lange nicht, aber... Michael, hast du gut Waffen? Ich hole mal ein paar Waffen für dich. Hast du Geld da bei dir? Ja, ja. 8000. So, Dele. Und wir... Sind hier links. Die Bullen sind auch schon am Jaken. So, Dele. Waffen-Shop. Ja. Waffen-Shop. Genau. Fahr auch rein. Was ist das, was ist das, was ist das? Hahaha. Abonation hier. Also wir haben nichts. Hm. Wir haben keine Sterne. Panzer? Ach komm. Hm. Wir können alle schon kaufen. Wir können alle schon kaufen. Ich nehme Standard. Nein, ich darf es aufmachen. So. Was wollen wir da noch kaufen? Hier ist was. Hier nichts. Hier dritten sind noch Westen. Ja, aber die werden wir jetzt nicht... Ich mag die Standardkleidung. Ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm... Ja, Micro-MP oder MP? MP, oder? Sturmgewehr. Gibt's kein anderes Micro-Zeugs? Sturm-MP gratis. Ah, haben wir die schon, okay. Aber wieso ist die gratis? Okay, Farbtöne. Ich möchte gerne noch eine Mikro haben. Oh, schießt eigentlich immer schön. Ach, wenn's ein bisschen komisch aussieht. Schalldämpfer. Komm. Ich will jetzt noch ein bisschen Geld verdienen. Okay, ich hab ein Minus. Das ist nicht so gut. Mal kurz anrufen. Wieso kann ich bei dir nichts? Ja, ich möchte gerne... Ich will jetzt irgendwie ein Ding machen. Ein Diebstahl oder so. Ich hoffe, das geht. Also, die Läden sind ja ansichtbar. Nein, sind sie auch nicht. Ja, sonst mach ich die Mission für mich. Oder? Bitte. Ähm. Ich hab ja noch Geld. Ah ja, das ist wahrscheinlich der Abzug. So. Was wollen wir mit Michael machen jetzt? Ähm. Ich denke... Ich warte bis es Tag ist, oder? Und dann mach ich die Mission mit Fremde und Freaks. Prison. Irgendwas. Jetzt scheinbar dieser Park, wo es San Andreas auch gibt. Ja. Sieht viel besser aus in diesem Spiel. Bei Gator San Andreas ist es nur so ein Viereckes Teil gewesen mit einem runden Teich in der Mitte. Und hier ist es schon richtig. XXL. Wir könnten irgendwo, ähm... Unsere Waffen ein bisschen ausprobieren. Okay, Ereignis. Nein! Komm schon, Mann! Ich habe das Bicke bekommen! Ich bin sorry über das. Oh, verdammt. Du hast es. Danke, Mann. Geräusche. Du hast mich verdammt. Aber ich will dich. Ich will dich. Ich will mein Geld. Ich will mein Geld. Ich will mein Geld. Ja. Ja. Ich bin mega gut im Headshot. Wenn es überhaupt ein Headshot war, aber denke ich schon. So. 14 Euro. Prima. Wirklich wunderbar. Ich habe es gemerkt, als ich Livestreamt habe. Ich habe Floris Demmer Headshots gegeben. Und ja. Okay. Er auch. Klar. Aber eben er hatte Erfahrung mit Ego-Shooten und mit solchen Spielen wie hier. Ich habe ja schon Ewigkeiten nicht mehr geschossen bei San Andreas und so. Und ja. Muss ja dann natürlich zuerst reinkommen, aber treffen kann ich immerhin. Das war. Das stimmt mich positiv. So. Ähm. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich mit dieser Entfernung getroffen habe. Das ist wirklich cool. Puh. Ich muss wirklich mal in die Armee gehen oder so. Weil es mir jetzt wieder relativ gut geht, kann ich ja wahrscheinlich schon ein bisschen etwas machen. Und hier kann man Fußball spielen. Wieso nicht? Wo sind die Tornetze? Okay. Dass es überhaupt einen Fußballplatz gibt in GTA 5, das ist schon gut. Ich habe keine Ausdauern mehr und verliere jetzt die ganze Zeit mein Ding. Okay. Aber ich möchte ein bisschen trainieren. Komm schon, Michael. Du bist doch... Komm, du bist sportlich. Komm. Ich glaube, der verneint jetzt extrem. He. 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 Ich werde dich zwingen. He. Oh, habe ich den Briefkasten kaputt gemacht? Oh. Viennewood Plaza. Ein bisschen Kino schauen, gucken. Nö, kein Bock. Auch wenn das Kino jetzt hier ist. Ich möchte gerne Autos verkaufen oder so ein bisschen Geld verdienen. Aber Simon ist ja jetzt gerade ein bisschen böse auf mich. Auf mich schaule. Naja, wir bleiben bei Michael. Open Atom. Ja, was wollen wir machen? Ich kenne mich im Singleplayer nicht so aus. Wo es zum Beispiel Rennen gibt oder so, aber das wäre wahrscheinlich einfach erst freigeschaltet. Freigeschalten, aber ja. Ja, was soll ich machen? Kurz speichern, dann gehen glaube ich auch hier fünf bis sechs Stunden. Ja, genau. Mach genau du das. Ja, ja, hör auf Hupen. Ich weiß, dass du bewusstlos bist. So. Zwölf Minuten. Okay, ähm. Nein, Mission fangen wir jetzt nicht an. Das wird wahrscheinlich automatisch wieder eingeleitet. Das mag ich nicht. Ähm. Hier könnte man golfen, aber das sind Beuys noch nicht da. Ja, danke. Ah, was ist denn los? Gehen wir ein bisschen an den Strand oder so. Oh. Was? Ja, ich bin da nur dort rein. Ähm. Ist hier nicht das Ding für das Studio? Das Filmstudio. Ah, schein. Es ist zwar Nacht, aber es wird gleich Tag. So, komm. Gut. Ja, genau. Zwei Sterne. Ach, komm schon. Habe ich jetzt eh mit zwei Sterne hier drin. Was ist denn los? Dann gehe ich am besten hier raus. Ja, Alarm geht los. Komm, schneller. Hier rüber. Komm. Okay, sie suchen mich schon. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht finden. Nicht finden. Nicht finden. Nicht finden. Ja, gefunden. Gib mir mal dein Pullenauto. Hier rüber. Ja, haben wir noch ein bisschen. Eine. Ja, genau. Trefft mich. Tötet mich. Ich gehe aber weg jetzt. Hier drüben. Drüber. Komm schon. So. Suchen sie mich wieder. Ach, komm schon. Ja, jetzt. Freiglingst nicht mehr. Was ist schon drei Sterne? Okay. Ah nein, drei Sterne habe ich immer gehabt. Oh, das wird langsam brisant. Meine Arme. Ah, komm schon. Was ist denn? So ein blödes Ding. Komm, du. 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 Ja. Seid ihr blödes Ding. Ihr habt immer Angst. Okay, dann sterbe ich halt. Muss ich die Waffen halt nochmal kaufen. Eine Schutzweste oder was ist? Ach, wenn ich jetzt an nicht ein Auto komme, sterbe ich. Komm her. Move, move. Ah, jetzt bin ich dann gleich tot. Nicht mal ein Auto ist hier herum. Da, immerhin. Aber das ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ich kann lieber... Ah, jetzt bin ich tot. Oder? Nein. Jetzt bin ich dann plötzlich tot. Ach, komm schon. Sag doch nicht immer zusammen. Genau. Okay, komm. Gut. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo reingehen. Wo es der Heli nicht uns verfolgen kann. Ja, das ist schlecht. Jetzt gerade bei der Bullen-Heli. Wer weiß, wo ich bin. Okay. Der Bullen-Heli hat mich verloren. Ah, wird doch noch spannend. Ein Scharfschütze scheinbar. Ich gehe jetzt hier rein. Hier fänden sie mich hoffentlich nicht. Ach, komm. Bitte überall ist ein Gelände oder so, die unbesiegt... unkaputtbar sind. Komm, bitte nicht hier rein. Bitte nicht hier rein, komm. Oh Gott, oh Gott. Komm, schneller. Schneller. Ja, gut. Ja, gut. Mann, ist das schon schwer mit drei Sternen. Okay, ich habe schon mit fünf Sternen geschafft. Aber, ja, hier wäre ein gutes Versteck gewesen. Der hätte mich wahrscheinlich, ja, so nicht gefunden. Hey, Baby, was geht ab? Mann. So. Haben wir das auch geschafft. Okay, Hund ausführen. Okay. Nein, das werde ich jetzt noch nicht machen mit meinem Bildkanal. Ich bräuchte sowieso einen Sprengstoff oder so. Wie weit bist du weg, hey? Gott, oh Gott, oh Gott. Der Franklin ist immer so weit weg. Oh, schöner Bremsversuch. Also nicht Versuch, sondern schön gebremst. So, jetzt. Noch kurz ausführen. Oh. Hm. So erst speichern, bitte. Ach, komm schon. Speichern. So, der. Ich mache einen neuen. Weil ich muss dann noch andere mit dem. Michael, ob. Ähm. Machst du sofort bloß wie Stress. Wieso? Ich will nur erspeichern. Und dann die. An den Saunen klatschen. Lass ich mal schauen, wie das so ist. Lass ich mal schauen, weil ich nicht trainieren kann, weil ich dich nicht trainieren kann. Das ist der Alarmkorn, Chop. Geh auf! Aha. Was ist hier hinten dran? Der weggeklingelt. Hallo, Chop. Halte. LC ist welchen? Den da. Zufriedenheit. RB ist diese. Komm schon, Junge. Machen wir das, ne? Ähm. Ja. Los, hol nimmer. Du musst schießen. Schauen wir mal vor mir, Boyd. Ja, genau. Ja, die Kai ist nicht so... ...gescheit. Das ist vor allem bei Chop. Nicht so... ...heißt du? Prima gemacht, Kumpel. Sehr schön. Ja. Noch ein bisschen laufen. Können Part schon ein bisschen länger machen. Wieso nicht? Wieso nicht? Na, hast du es gesehen wo? Hast du ihn verloren? Ja, ich hätte ihn schießen müssen, wenn Irgendwo ist hier Oh, du Big Dog, was Irgendwo hier habe ich ihn hingeschossen Sieht man der nicht Fertig, fertig Aus Ja, klar Für ihn ist der Tod eines Geliebten nicht Also so einen guten Mitarbeiter des Monats Okay, komm wir gehen hier Ein bisschen rennen, komm Job, das schaffst du Ja, ja, magst du schon nicht mehr Okay, die Bullen sind nicht wegen mir gekommen Das ist gut Kommen hier nicht rein Irgendwo Kommen doch irgendwo rein Dann gehen wir ringsum Komm, Job Wir gehen ein bisschen ringsum So Schauen uns die Aussicht an Machen wir es ein bisschen schneller Hop, hop Komm Das magst du Komm Ja, nicht schon wieder Komm, du bist doch Du bist doch Sehr fit Ja, sehr schön So, also dann Wende ich den Part Und Du Job Wieder zurück Und wir sehen uns dann Vielleicht wieder im nächsten Part Wenn ihr mögt Also Tschüss Danke fürs Schauen Ja, ich bin Ja, ich bin